Müssen wir mehr Demokratie wagen? Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Phönix-Runde. Wir sind das Volk, das haben wir gerade an diesem Wochenende nochmal gehört, aber in Zeiten, wo Durchschnittsbürger zum Beispiel in Stuttgart auf die Barrikaden gehen, da kriegt es plötzlich einen ganz anderen Klang. Und dieses Volk, diese Bürger, die kriegen tatsächlich was durchgesetzt, Beispiel Stuttgart. Seit dem frühen Abend ist nämlich bekannt, dass man zumindest für einen Moment einen Baustopp erreicht hat. Es gibt ja Vermittlungsgespräche, Heiner Geißler wird da den Mediator, den Schlichter, machen. Und er hat gesagt und offensichtlich auch erreicht, dass es erstmal diesen Baustopp gibt, solange diese Vermittlungsgespräche laufen. Damit ist sowohl der Ministerpräsident Mappus als auch der Bahnchef Grube einverstanden, heißt es am frühen Abend in einer Meldung. Insofern ist die Frage, was entscheidet das Volk tatsächlich, was kann es entscheiden, was könnte denn ein Volks- oder Bürgerentscheid in Stuttgart für Stuttgart 21 noch bringen und was, wenn man es dann insgesamt auf die gesamte Bundesrepublik ausbreitet und dort mehr Mitbestimmung verlangt und erwartet. Darüber redet heute bei uns die folgende Runde. Michael Effler ist bei uns zu Gast. Er ist im Bundesvorstand der Organisation Mehr Demokratie. Und für ihn ist klar, Stuttgart 21 wird zum Mahnmal parlamentarischer Dickköpfigkeit. Bei Projekten, die eine Stadt derart verändern, müssen die Bürger selbst entscheiden können. Thomas Strobl, der Generalsekretär der CDU in Baden-Württemberg und Chef der entsprechenden CDU-Landesgruppe im Bundestag, gibt dagegen zu bedenken, für einen Bürgerentscheid ist es bei Stuttgart 21 zu spät. Das Projekt hat alle demokratischen Instanzen längst durchlaufen. Der Leiter des Hauptstadtbüros der BILD, Nikolaus Blome, gibt ihm Recht. Das ist nicht die Arroganz der Macht, sondern eine Politik, die sich an Mehrheitsbeschlüsse hält. Ein Großprojekt wird niemals allen gefallen, sagt er. Und Professor Dieter Rucht ist bei uns Protestforscher am Wissenschaftszentrum Berlin und Attac-Mitglied. Und er stellt fest, ein Teil der Berufspolitiker hat sich von den Bürgern entfernt. Das führt zu Parteienverdrossenheit. Aber eine Politikverdrossenheit gibt es offenbar nicht, eher im Gegenteil. Herr Struppel, fangen wir erst noch mal aktuell an. Als Baden-Bürttemberger, als Generalsekretär von Stuttgart. Wie ist denn da im Moment der Stand? Wie wird das jetzt laufen mit den Vermittlungsgesprächen? Nun, wir haben vor allem ein Interesse, dass wir ein bisschen ruhiger werden, alle miteinander. Das waren ja furchtbare Bilder bei dieser großen Demonstration mit Hunderten von verletzten Polizisten, verletzten Demonstranten. Und da haben wir gesagt, das darf nicht mehr passieren. Wir wollen alles dafür tun, dass sich solche Szenen nicht wiederholen. Das haben wir durchaus ernst gemeint. In einer Demokratie muss es vor allem so sein, dass man miteinander spricht. Das war über lange Zeit nicht möglich, weil wenn die Trillerpfeifen sehr laut sind, die Vuvuzelas, insbesondere wenn Flaschen, Gegenstände, Feuerwerkskörper fliegen, wenn eine vergiftete Atmosphäre ist, dann kann man nicht debattieren, dann gibt es keinen Diskurs. Deswegen wollen wir alles dafür tun, dass wir ins Gespräch kommen miteinander. Deswegen Heiner Geisler als Vermittler, den wir akzeptieren, von den Grünen vorgeschlagen. Und ich bin wirklich guter Hoffnung und Zuversicht, dass wir es jetzt endlich schaffen, miteinander zu reden. Sind Sie denn sicher, dass es jetzt diese Eskalation der Gewalt ist heute genau eine Woche her? Sind Sie nach wie vor der Ansicht nach Ihren bisherigen Recherchen, dass die Polizei da richtig gehandelt hat, nicht überreagiert hat? Nun, das wird genau untersucht werden, da bin ich nicht zuständig dafür. Ich bin Parlamentarier und nicht die Aufsicht der Polizei. Deswegen sage ich nach den bisherigen Erkenntnissen. Nach dem, was ich... Also ich frage deshalb, weil es beispielsweise am Anfang hieß, die Demonstranten haben Steine geworfen, das musste die Polizei dann wieder zurücknehmen, weil es dann doch keine Steinewerfer gab. Deswegen bin ich auch etwas zurückhaltend, bis die Dinge endgültig aufgeklärt sind. Ich kann nur sagen, bis zur Stunde, und ich habe mit Kollegen gesprochen, die im Innenausschuss des Bundestages sich die Bilder angeschaut haben. Ich habe mit Kollegen aus dem Land Baden-Württemberg gesprochen, die sich intensiv damit beschäftigt haben. Bis zur Stunde habe ich keine Anzeichen dafür, dass die Polizei rechtswidrig gehandelt hat. Ich habe keine Anzeichen dafür, dass es unverhältnismäßig gewesen ist. Es gab in der Tat, natürlich nicht von allen Demonstranten, aber eben von einzelnen Demonstranten, durchaus eine sehr große Aggressivität gegenüber der Polizei. Es wurden Flaschen, Feuerwerkskörper und andere Gegenstände der Polizei entgegengeworfen und anderes mehr, sodass es sich im Augenblick schon so darstellt, dass das Eingreifen der Polizei in Ordnung gewesen ist. Das heißt aber nicht, dass wir das jede Woche machen müssen. Nein, wir wollen eine solche Demonstration und auch eine solche Auseinandersetzung in Stuttgart nicht mehr haben. Jetzt haben Sie aber direkt danach befragt, haben Sie gesagt, irgendwie man darf die Agitation linksextremistischer Protestführer nicht durchgehen lassen. War das von der Wortwahl her richtig? Haben Sie die Demonstranten gemeint, die wir als normale Bürger da sehen? Nein, ich bin nur ein bisschen dafür, dass wir differenzieren. Und zu der Differenzierung gehört, dass viele tausend Menschen dort ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen, weil sie sich an dem Projekt stören, weil sie eine andere Meinung haben. Das finde ich ganz in Ordnung. Ich finde das nicht nur in Ordnung, sondern ich finde, das genießt Respekt, weil diese Menschen sich ja politisch engagieren. Und das ist in unserer Demokratie etwas, wo ich finde, dass man mit Respekt begegnen muss. Und dann gibt es aber so einige, die gibt es bei den Großdemonstrationen immer sehr häufig, die das als eine Bühne, ein Forum sehen, um ihr eigenes Süppchen zu kochen. Und ganz sicher sind es auch linksextremistische Kräfte, die hier ihr Süppchen kochen. Und der Sprecher dieser Großdemonstration, Herr Stocker, war viele, viele Jahre in der Deutschen Kommunistischen Partei gewesen. Er ist dann zur PTS gegangen. Er war der Landesgeschäftsführer bei der PTS gewesen, also ein Leben lang in linksextremistischen Organisationen tätig gewesen. Ich finde, darauf muss man hinweisen dürfen. Stellen wir uns einmal vor, das wäre ein Rechtsextremist. Das stünde jeden Tag in allen Zeitungen. Und ansonsten geht es so ein bisschen unter. Und deswegen finde ich einfach, damit wir alle informiert sind, dass man so einen Hinweis zuweilen schon einmal geben darf. Ich habe nie gesagt, diese 20, 30, 50.000 Menschen sind alles Linksextremisten. Das wäre absurd. Okay, dann haben Sie jetzt aber auch nochmal diese Sicht dargelegt, solange sie, soweit sie bislang klar ist, Herr Blom, trotz allem sind es in der Mehrheit ganz normale, unbescholtene Bürger. Sie sagen ja eigentlich, die haben das Recht zu demonstrieren, aber bitte nur friedlich. Würden Sie sagen, dass umgekehrt dann in einem solchen Fall, wo möglicherweise Aggression, von wem auch immer sie denn ausgegangen ist, wo Aggression herrscht, ist diese Härte der Polizei gegen Durchschnittsbürger gerechtfertigt? Ich glaube, das werden Sie am Ende nie mehr erklären. Ob da jemand eine Kastanie, einen Pflasterstein oder eine Flasche geworfen hat, das finde ich, geht aber auch komplett am Thema vorbei. Denn letztlich werden Sie ja nicht die Legitimation oder die Nicht-Legitimation für diesen Großbau, Stuttgart 21, diesen Bahnhof, davon ableiten wollen, ob die Demonstration jetzt glücklich verlaufen ist oder nicht. Die ist erkennbar nicht glücklich verlaufen und solche Bilder will keiner sehen. Ich glaube, weder auf der Seite der Polizei noch auf der Seite der Demonstranten schon gar nicht. Worum es geht, ist die Frage, ob Stuttgart 21 gebaut werden soll oder nicht. Und der Punkt, gab es einen Schuldigen aus dem Ruderlauf in der Demonstration und wenn ja, wer war er? Antwortet nicht auf die Frage, ob man Stuttgart 21 bauen soll. Nein, sicherlich nicht. Aber auf die Frage, wie sehr haben denn Bürger das Recht, ihre in der Demokratie verbrieften Rechte durchzusetzen oder müssen damit rechnen, dass sie eine blutige Nase kriegen. Darum geht es ja auch. Ich glaube, die Bürger sollten niemals rechnen müssen, eine blutige Nase zu kriegen, wenn sie friedlich demonstrieren. In einer Großdemonstration von mehreren 10.000 Leuten, wer das schon mal mitgemacht hat, trifft sich eine sehr, sehr heterogene Gruppe von Demonstranten. Und es ist immer traurig zu sehen, dass irgendwo ein schwarzer Block hängt, ob er nun rechtsextrem ist oder linksextrem ist, um zu kommen, um Krawall zu machen. Und die Polizei, muss man auch sagen, reagiert nicht immer clever. Wie es in diesem speziellen Fall war, wage ich nicht zu beurteilen. Es wird hoffentlich irgendwie noch weiter geklärt werden. Gleichwohl kann natürlich die Polizei nicht 20.000 friedliche Demonstranten haftbar machen für 500 Chaoten. Das ist wahr. Dennoch ist es on the ground, in dem Moment selber, manchmal wahrscheinlich ziemlich schwer zu trennen für jemanden, der in einem Wasserwerfer sitzt und nun versucht, eine Gruppe zu isolieren, die erkennbar Krawall schlägt und erkennbar mit Feuerwerkskörpern schießt. Und wenn sie schon mal in der Menge standen, auf die Feuerwerkskörper fliegen, dann wissen sie, dass das auch nicht komisch ist. Herr Fler, was haben denn Demonstranten zu erwarben? Also in diesem speziellen Fall in Stuttgart, eben außer einer blutigen Nase, weil dafür geht ja keiner freiwillig auf die Straße. Haben die denn eine Chance, ihr Anliegen durchzubringen? Also ich finde, die Demonstranten in Stuttgart haben schon eine ganze Menge erreicht. Dafür gebührt ihnen auch höchster Respekt, dass es gelungen ist, weil in einem solchen Projekt immerhin jetzt ein Baustopp, der ja monatelang vehement abgeliehen worden ist, jetzt erstmal durchzusetzen, zumindest für die Phase der Vermittlungsgespräche von Herrn Geisler, ist schon erstmal beeindruckend. Und es wird sich zeigen, was jetzt noch in den nächsten Wochen, Monaten weiter möglicherweise bei den Verhandlungen herauskommt. Also es ist ganz klar, die Gespräche müssen auf ein bisschen Ziel hinauslaufen. Und ich kann mir eigentlich nur schwer bei diesen Verhandlungen vorstellen, dass man sich nicht auch über einen Weg verständigt, wie man die Bürger nochmal befragen kann über das Projekt Stuttgart 21. Kommen wir gleich noch drauf. Aber nochmal eben die Frage, haben die Demonstranten denn das Recht, ich sag jetzt mal, mit aller Härte vorzugehen gegen etwas, was längst ein demokratischer Mehrheitsbeschluss ist? Also dass die Demonstranten mit aller Härte vorgegangen sind, das war ja immer zu bezweifeln. Beide Seiten waren sicherlich nicht nur brav, muss man jetzt mal sagen. Ich war in Stuttgart nicht selber dabei, aber aus den Bildern, die ich im Internet sehen konnte oder im Fernsehen, ist es nicht hervorgegangen. Das können wir jetzt nicht klären, aber wir gehen davon aus, jetzt einfach mal, dass beide Seiten Recht haben. Also die Polizei hat vielleicht auf der einen Seite ein bisschen hart durchgegriffen, aber es gab bestimmt auch Demonstranten, die irgendwas geworfen haben. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass beide Seiten eben nicht lieb waren. Möglicherweise, aber es geht doch um was ganz anderes. Ich denke, wir haben in Deutschland nun mal Demonstrationsfreiheit, wir haben das Recht eine freie Meinungsäußerung. Und diese ist nicht verwirkt, wenn demokratische Beschlüsse von Parlamenten getroffen worden sind oder wenn Gerichte etwas entschieden haben. Sondern man kann immer seine Meinung äußern, auch wenn möglicherweise ein Projekt schon in einem fortgeschrittenen Stadium ist. Deswegen kann man das den Bürgern nicht vorwerfen, auf die Straße zu gehen. Das ist eine völlig legitime Ausübung demokratischer Grundrechte. Das ist manchmal verbrämt in Richtung eines Widerstandsrechts. Und das ist nur in der Verfassung etwas komplett anderes. Das hat eine andere historische Bedeutung. Also das ist das Recht des Bürgers, sogar Straftaten in Anführungsstrichen zu begehen, wenn er sich gegen einen erkennbar grundrechtswidrigen Eingriff des Staates zu wehrsetzt. Das ist eine ganz andere Dimension. Aber das ist dort nicht der Fall. Also es geht um friedliche Demonstrationen, die sind, glaube ich, erlaubt. Und auch weit über das letzte Gerichtsurteil, den letzten Stadtratsbeschluss hinaus. Aber gleichzeitig muss, glaube ich, auch der Demonstrant, die Demonstranten dann anerkennen, dass in diesem Fall die Stadtregierung, die Landesregierung das Recht hat, den Bau zu beginnen. Wenn sie ihn jetzt aussetzt, was immer daraus wird, aber dass sie ihn hätten beginnen können, das konnten die Demonstranten, finde ich, der Stadtregierung, der Landesregierung nicht absprechen. Professor, ich würde Ihre Meinung gerne noch zu hören. Also wir gehen jetzt noch mal von einem demokratisch legitimierten Bauprojekt, das muss man so nennen. Und nicht? Ich verstehe nicht ganz Ihren Zusatz. Das muss man so nennen. Das ist so. Es ist ein Projekt, welches hunderte Mal in den Parlamenten warnt. Es gab große Mehrheiten in den Parlamenten. Es gab über 10.000 Einsprüche, die bearbeitet worden sind, entschieden worden sind. Und es gab unendlich viele Gerichtsverfahren, deswegen hat es 15 Jahre gedauert. Also ein demokratisch ohne Zusatz. Und da finde ich, man muss mal nicht sagen, das muss man halt so nennen, sondern das ist ein Projekt, das eine extrem hohe demokratische Legitimation hat, weil es vielfach gerichtlich überprüft worden ist. Wir haben also nie getroffen. Die Frage ist, wenn es solches immer ein Projekt gibt, das ist demokratisch legitimiert, wie massiv darf denn dann noch die Meinungsäußerung dagegen sein? Oder muss sich dann doch irgendwann die Minderheit einer Mehrheitsentscheidung beugen? Sie muss auf jeden Fall gewaltfrei sein. Aber ich würde gerne noch mal zu den Vorfeilen zurückkommen, wohlwissend, dass wir das hier am Tisch nicht aufklären können. Also wir alle hier waren nicht dabei. Wir wissen nicht, was sich genau ereignet hat. Das haben Sie gesagt. Das bleibt eine Untersuchung vorbehalten. Und gleichwohl geben Sie eine bestimmte Deutung der Ereignisse. Sie sagen, da war ein schwarzer Block da. Das sehen wir ja immer. Das ist ja immer da. Was natürlich nicht stimmt. Sie sagen, da sind Flaschen geflogen. Ich habe meine abstrakte Frage geantwortet, dass in Großdemonstrationen möglicherweise ein schwarzer Block dabei ist. Ob da unten eine dabei war, nur damit wir uns ganz klar sind, das weiß ich auch nicht. Genauso wenig wie Sie. Also Bilder, wo Pfefferspray etwa gegen Polizisten von den Demonstranten gerichtet worden ist, habe ich selber gesehen. Diese Bilder gibt es. Und damit ist schon auch klar, dass es Gewalt und Straftaten gegen Polizisten gegeben hat. Ich finde es nicht in Ordnung, einem Polizisten mit Pfefferspray in die Augen zu spüren. Okay, aber das hatten wir gerade ja auch schon geklärt. Wir wissen es nicht genau, wer angefangen hat. Beide haben sicherlich irgendwas gemacht. Jetzt Professor Ruch. Aber wir schweben auch nicht ganz im luftleeren Raum, sondern wie gesagt, diese Bilder gibt es. Und diese Bilder habe ich selbst gesehen. Ja, es gibt auch die anderen Bilder. Ja, natürlich. Wir können die Vorfälle nicht genau rekonstruieren. Das war ja Ihre Aussage, da stimme ich völlig zu. Aber wir sollten auch nicht jetzt unter der Hand eine bestimmte Deutung der Ereignisse hier vorstellen, die da heißt, es wäre ein schwarzer Block dabei gewesen, weil die immer ja dabei sind, oder es wären Flaschen geflogen. Lassen wir das doch mal offen und dann wird es geklärt. Aber stellen wir nicht die Behauptungen einfach in den Raum. Okay. Jetzt haben Sie, Herr Strubel, gesagt, wir haben gerade gehört, die Bürger sind nie gefragt worden. Sie sagen, für einen Bürgerentscheid ist es jetzt zu spät in Stuttgart. Warum eigentlich? Es hätte ja die Möglichkeit eines Bürgerentscheids durchaus gegeben. Wir haben ja in Baden-Württemberg in der Gemeindeordnung eine entsprechende Möglichkeit. Davon machen Bürgerinnen und Bürger auch Gebrauch. Es ist zum Beispiel beschlossen worden, vom Stadtrat in Heidelberg eine Stadthalle zu bauen. Und die Bürgerinnen und Bürger haben diese Entscheidung gekippt. Es gibt keine Stadthalle. Bei Stuttgart 21 hätte es diese Möglichkeit auch... Da gab es 2007 weit über 60.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Das hat der Stadtrat abgelehnt. Ja, aber 2007 war es eben auch schon zu spät gewesen. Wir müssen schon sagen, dass es für eine solche Bürgerentscheidung natürlich nur einen bestimmten Zeitraum geben kann, wie immer bei staatlichen Entscheidungen.